Was aber fällt Ihnen ein, wenn man an die Niederlande denkt? Ja, Käse, Tulpen, Wohnwagen, Fahrrad. Das nächste Orchester gibt es seit 1972. Es kommt eben aus den Niederlanden und ist einzigartig auf der Welt. Die Musiker spielen nämlich auf Fahrrädern. Hören und sehen Sie jetzt unter der Leitung von Erik van den Plok das Fahrradmusikor Crescendo aus den Niederlanden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus 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 Das Fahrradmusikhofer Crescendo aus den Niederlanden.